Der Skin Dead of Night von Captain Price aus Call of Duty Modern Warfare in Ghost Recon Breakpoint in unter 60 Sekunden. Los geht's! Hose Blackhawk LW in schwarz, Schuhe Mehrzweckstiefel in schwarz, Headset Headset Obscore AMP in schwarz, Oberteile Helikon Text CPU in schwarz, Masken Halstuch B in schwarz, Aufnäher Flagge des Vereinigten Königs Reichs 2 Nachtsicht L3 GP Abonniere meinen Kanal, wenn dir das Video gefallen hat, denn ich lade jeden Montag einen solchen Outfit Guide hoch. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.